In Activity 4, we'll give you a sentence like Der Sohn ist Elektriker And you put the whole sentence into the plural saying Die Söhne sind Elektriker This might be a bit more challenging, so do it a few times and try to improve your score with every round. Let's start. Der Sohn ist Elektriker Die Söhne sind Elektriker Die Mutter ist Professorin Die Mütter sind Professorinnen Das Kind ist Australier Die Kinder sind Australier Der Freund ist Student Die Freunde sind Studenten Der Vater ist Architekt Die Väter sind Architekten Die Väter sind Architekten Die Frauen sind Engländerinnen Der Lehrer ist Computerspezialist Die Lehrer sind Computerspezialisten Die Kinder sind kinda Ein letzter Spieler west Die Kinder sind deles Du kannst nicht mehr Die Jeremiah Der любим Messer Die Kinder sind die Musik Dieцию haben bisちは